Sind Teslas eigentlich wirklich so schlecht? Im letzten TÜV Report 2024 kam das Tesla Model 3 sage und schreibe auf den letzten Platz bei den zweijährigen Autos. Tja, ich hatte selber auch schon meine Erfahrungen mit dem TÜV. Ich war ja schon zweimal beim TÜV mit meinem, hatte auch ein bisschen Probleme. Aber liegt das jetzt daran, dass die Autos so schlecht sind oder an der Art wie geprüft wird oder wie auch immer? Und ich glaube, dafür brauche ich einen echten Experten als Gesprächspartner und den habe ich heute tatsächlich dabei. Hi, das ist Owe Krüger. Viele kennen ihn natürlich von T&E Mobility als YouTuber, vom E-Cannonball als Veranstalter, als Tesla-Experten und alles Mögliche mehr, was er mir jetzt gleich erzählen wird. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Owe. Ja, moin. Schön, dass ich da bin. Das hast du aber eigentlich schon gemacht. Owe Krüger, der Sachverständiger, uns von irgendjemandem mal 2018 als Stock Tesla bezeichnet. Lustig, mache ich jetzt auch. Und ja, schön, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Ja, vielleicht sagst du mir nochmal, obwohl ich es ja schon weiß, ich war ja auch schon mal bei dir, warum weißt du eigentlich so gut über Tesla Bescheid? Seit 2016 fahre ich selber Tesla und habe dann gemerkt, relativ schnell, dass es so einige Diskrepanzen gibt, die mir so nicht gefallen als Fachmann. Und habe dann angefangen, die Dinger zu zerlegen, zu forschen und zu gucken, was ist da los. Habe dann 2018 den End-of-Warranty-Check erfunden. Und mittlerweile waren mir knapp 4000 Fahrzeuge seit 2018 zur Prüfung. Also ich kann mir, ich glaube, auf die Schulter klopfen und sagen, ich glaube, es gibt keine Werkstatt oder kein Gutachterbüro, wo so viele Tesla auf der Bühne waren und mit so viel Erfahrung. Wir lesen den Akku aus. Wir prüfen das gesamte System, wie alles das Fahrzeug, selbst ältere Fahrzeuge, wo die Akkugarantien auslaufen, können wir mittlerweile den Innenwiderstand messen. Wir können ganz tief in den Akku reingehen. Wir haben da ein System von der EV-Klinik bekommen und ja, ich nehme mich schon sehr lange in diese Thematik rein, habe auch dann gleich gesagt, ich bleibe jetzt hier bei der Thematik Tesla und denke, dass das bis ans Lebensende mein Hauptthema sein wird. Okay, okay. Also du bist nämlich kein Fanboy, aber du fährst einen, also du kennst dich sozusagen aus, du benutzt ihn auch. Das heißt, du findest auch was Guter dran und gleichzeitig hast du gerade angedeutet, du kommst aber von einer kritischen Position auch, ne? Ja, ich bin sehr kritisch, bin kein Tesla-Fanboy, ich finde die Marke aber sehr interessant. Ich habe ja auch in den letzten drei Jahren zwischendurch mal einen Porsche Taycan gefahren, bin jetzt aber seit einem Jahr wieder bei Tesla, weil das Gesamtpaket mich dann doch am meisten überzeugt. Das hört sich komisch an, viele wundern sich auch darüber. Für mich ist der Taycan ein absolut tolles Auto, wirklich super. Aber die Konnektivität, dann das Supercharging-Netzwerk und auch diese Leichtigkeit mit den Over-the-Air-Updates, das Gesamtpaket, hat mich dann doch wieder überzeugt, beim Tesla zu bleiben. Man hat mir dann 2023 wieder ein Model X gekauft, was auch voll mit Mängeln war und mich jetzt mittlerweile fast fertig habe, fast nach einem Jahr. Ja, jetzt bin ich damit zufrieden, aber das wusste ich und das ist natürlich für viele, die nicht vom Fach sind, unverständlich, wie man das dann trotzdem machen kann und damit glücklich ist. Aber wie ich schon sagte, es ist das Gesamtpaket. Ja, und an dieser Stelle möchte ich euch gerne den Sponsor dieses Videos vorstellen. Blinkist hat mir angeboten, dieses Video zu unterstützen und ich habe gefunden, das passt ziemlich gut zu mir. Ich bin nämlich selbst gar nicht so sehr auf YouTube oder Social Media unterwegs, sondern informiere mich eigentlich lieber in Büchern, habe aber oft die Zeit nicht dafür und dann kommt es vor, dass viele Bücher, die ich kaufe, am Schluss gar nicht gelesen werden. Und mit Blinkist kann ich Bücher in kurzen Zusammenfassungen schnell kennenlernen und passend zum heutigen Thema, zum Beispiel wäre hier die Biografie über Elon Musk. Ich lese bevorzugt und höre parallel dazu in zweifacher Geschwindigkeit, dann dauert es nur zehn Minuten und ich habe im Wesentlichen einen Überblick über dieses Buch und über das Leben von Elon Musk. Es gibt auch längere Hörbücher wie der Guide, die sieben Wege der Effektivität meistern von Scene Covey. Das ist ein Buch, das mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Ja, 31 Millionen Menschen nutzen im Moment schon Blinkist und wenn ihr auch dabei sein wollt und Lust habt, 40% auf das Jahresabo zu sparen, klickt auf diesen QR-Code oder auf den Link in der Beschreibung. Und natürlich könnt ihr die App auch einfach sieben Tage kostenlos testen. Vielleicht zuletzt noch ein Wort, weil in meinem letzten Podcast hatte ich es von Elon Musk und was er gerade so macht. Ich weiß, du bist nicht nur ein Tesla-Nutzer, sondern du bist auch ein Amerika-Fan und insofern betrachtest du wahrscheinlich auch diese Geschichte. Wie siehst du den Zusammenhang zwischen Elon Musks, ja sag ich mal, politischer Einflussnahme und Twitter und dem ganzen Paket zu seinen Autos? Hat das miteinander zu tun oder würdest du sagen, ist es unabhängig voneinander? Völlig unabhängig voneinander. Es geht mich nichts an, was er denkt und was er macht. Es ist ein Mensch, der mit Asperger-Syndrom und beziehungsweise als Autist einfach das rausprabbelt, was er denkt und fühlt, unreflektiert. Und da muss man mit umgehen können. Er lügt nicht. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Sondern er macht einfach das, was er gerade denkt und fühlt. Da kann ich gut mit umgehen. Aber mich interessiert nicht, was er politisch denkt und fühlt, weil ich interessiere mich hier für die technische Seite, nur für Tesla. Und das muss man ganz klar einfach mal trennen. Es ist ja auch so, wenn du mal ein Haus gebaut hast, du wohnst in einem Haus und der Bauträger ist bei der letzten Wahl, ist dir aufgefallen, hat er das Kreuz an der falschen Stelle gemacht. Würdest du dann sofort ausziehen? Natürlich nicht. Und wenn Dirk Rossmann mit nur 34 Fahrzeugen sagt jetzt im Sommerloch als Hauptheadline, dass er mit Tesla nichts mehr zu tun haben will wegen der Geschichte, dann finde ich das albern und überhaupt nicht maßgeblich. Es geht keinem was an, was der Mann macht. Wenn man meint, dass die Weltgeschichte von Elon Musk abhängt, dann kann man das ja gerne denken, tut sie aber nicht. Und ich finde ganz klar, dass man das trennen muss. Und ich möchte mich politisch nicht über Elon Musk äußern und was er da macht und tut, mit wem er da kooperiert und nicht, ist mir völlig egal. Sehr gut. Und man hört daran auch wieder deine klare Meinung, auf die ich mich jetzt freue, wenn es um den TÜV-Report geht. Der TÜV-Report, der vergleicht ja verschiedene Marken. Deswegen noch eine letzte vorbereitende Frage, weil das, glaube ich, noch nicht so richtig rausgekommen ist. Du bist zwar auf Tesla spezialisiert, aber selbstverständlich kennst du dich ja auch mit anderen Autos aus, richtig? Ja, ich mache nach wie vor Tests, kriege von Herstellern Fahrzeuge gestellt und zwar nicht zwei Stunden oder drei Stunden, wie es normalerweise üblich ist bei den Auto-Youtubern, sondern ich habe ganz klar gesagt vor ein paar Jahren, wenn ihr möchtet, dass ich euer Auto teste, brauche ich es mindestens eine Woche. Ansonsten mache ich das nicht und das haben Hersteller, die auf meine Meinung Wert legen, auch gemacht und ja, ich habe also eigentlich fast alles, was es so auf dem Markt gibt, hier schon mal irgendwie gefahren und auch ein Video gemacht oder einen Test dazu geschrieben. An E-Mobilität jetzt? Nur E-Mobilität, ja. Mit Verbrennern bin ich komplett raus. Bist du komplett raus, aber da kommst du her ursprünglich, oder? Ja, da komm ich her. Ja, ich war extremer Petrolhead, bin 11 Jahre mit einer FIA-Rennlizenz als Amateur-Drag-Racing gefahren in ganz Europa, hatte 23 Jahre die lauteste Harley im Ort und komme also komplett von der anderen Seite. Hab dann irgendwann mal 2016 so einen Opel Ampera gefahren und nach 20 Sekunden war mir ganz klar, das ist die Zukunft. Hab dann mein Geschäft komplett umgestellt, also alles, was hier an Verbrennern noch war, ich war auf amerikanische Fahrzeuge spezialisiert, Oldtimer und auch neue Fahrzeuge, hab das alles verkauft und mach jetzt nur noch Elektromobilität. Das heißt, auch die Verbrenner-Fans wissen, dass du durchaus von der Geschichte auch eine Ahnung hast, weil der TÜV-Report, der vergleicht ja, oder der macht ein Ranking von natürlich vor allem Verbrennern, weil wir haben ja nur einen gewissen Anteil an E-Autos. Also du kennst ihn natürlich bestimmt, weißt du, ist der relevant in der Branche, der TÜV-Report? Hat das eine Bedeutung? TÜV- und ADAC-Reports sind immer relevant, seit Jahren so. Ja, das ist natürlich jetzt schon eine verschwörungstheoretische Frage, aber wer finanziert denn den TÜV-Report, wer macht, wer betreibt es? Ja, das ist der Technische Überwachungsverein, also es ist ja ein Verein, darf man ja nicht vergessen, mittlerweile natürlich eine Riesennummer, aber ich denke, dass das selber finanziert wird, dass Sie, und das sollten Sie ja als Sachverständige genauso wie ich, unabhängig darüber berichten, was dort passiert, was ist die Mängelquote, wo hapert es und daraus entstehen solche Reports. Also ich finde die schon, dass man die ernst nehmen kann. Okay, genau. Und jetzt haben wir hier die Tops in Flops beim TÜV, das ist jetzt der aktuelle TÜV-Report hier, da sieht man eben, das beginnt hier mit einem VW Golf Sportsvan, das ist hier der beste von den 2- und 3-Jährigen und dann das Tesla Model 3 ist also auf Platz 111. Da wird es schon sehr rot und es geht um die Quote erheblicher Mängel, die ist da beim Tesla Model 3 bei 14,7. Jetzt mal erste spontane Frage, hat dich das überrascht? Nö, war letztes Jahr auch schon so. Überrascht mich gar nicht, ist auch nicht Tesla schuld in meinen Augen, nicht alleine. Die meisten Mängel, die ich ja hier auch bei meinen End-of-Warranty-Checks haben täglich, sind tatsächlich Bremsen und Achsaufhängung. Bei der Bremse ist es so, dass Tesla sicherlich nur zum ganz kleinen Teil dafür herangenommen werden könnte, denn es gibt mittlerweile bei einigen Fahrzeugen Bremsprogramme, die dafür sorgen, dass ab und zu mal die Bremse freigebremst wird, beziehungsweise die Bremsklötze an der Scheibe anliegen und dann sozusagen dafür sorgen, dass das Tragbild wieder in Ordnung ist und somit auch die Bremsleistung. Das hat Tesla nicht, viele andere haben es auch nicht, Elektroautos, Verbrennerfahrzeuge haben das sowieso gar nicht. Durch die Rekuperation an diesen Elektrofahrzeugen wird die Bremse wenig benutzt von dem Besitzer des Fahrzeuges und dadurch vergammelt sie und dann fällt das Fahrzeug durch. Der Bremswert selber ist meistens vollkommen ausreichend, sollte eigentlich auch reichen für die Bewertung der Bremsanlage, aber durch das mangelhafte Tragbild, das Tragbild ist die, wie sieht die Bremsscheibe aus? Ist sie jetzt silber und glänzt und glatt oder ist das wie so ein Saturnring voll mit Rost und Roststreifen, die auch gleichzeitig über die Belege dann sozusagen eingefräst wurden, weil das einfach zu wenig benutzt wird? Und da ist es so, wenn die Bremse gefordert wird, zum Beispiel in einer Gefahrensituation, dann ist es so, dass durch den Rost auf der Bremsscheibe dann der entscheidende Meter fehlen kann und dann knallt es halt und das ist einer der Hauptgründe, warum das Auto durchfällt. Also das ist schon, ich habe das ja bei meinem auch gesehen, wir reden da gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber, aber das ist schon so, dass das nicht nur ein optischer oder kosmetischer Mangel ist, sondern dass da auch wirklich, weil die Bremsscheibe an und für sich auch die Beläge sind ja praktisch wie neu, es ist halt dieser Belag drauf und der hat schon eine sicherheitsrelevante Funktion. Ja, weil natürlich dadurch die Auflagefläche verringern wird. Wenn du Berg und Tal bremst, musst du dir so vorstellen, also diese Roststreifen ist das Tal und das, was schön blank ist, ist der Berg. Wenn du nur auf dem Berg bremst, dann fehlt dir halt die Auflage und damit die Wirkung. Ja, okay, verstehe. Ich will mal kurz einen Überblick geben, um was es eigentlich heute geht. Wir haben in diesem Bericht immer diese schöne Tabelle, da gibt es alles, was geprüft wird für die Dreijährigen, Fünfjährigen, Siebenjährigen und so weiter, wobei bei Tesla immer nur die Spalte der Zwei- bis Dreijährigen ausgefüllt ist. Meinem wäre jetzt Fünf, hätte man auch schon machen können, war aber noch nicht dabei. Da haben wir die Bremsen, das Fahrwerk, die Beleuchtung und die Umwelt und wir haben eben beim Tesla Model 3, naja gut, ein bisschen Funktion der Fußbremse, hauptsächlich Bremsscheiben mit 3,8, die Achsaufhängungen und dann das Abblendlicht, die Beleuchtung vorn, Beleuchtung hinten, also die Beleuchtung. Das heißt, wir reden jetzt eigentlich vor allem über drei Bereiche in unserem Gespräch. Es geht um die Bremsen, haben wir schon angefangen, machen wir gleich weiter, dann ums Fahrwerk und am Schluss ums Licht. Alle drei Bereiche kenne ich aus meinen zwei TÜV-Prüfungen, beziehungsweise bei meiner zweiten habe ich es mir vorher anschauen lassen. Naja, also bei den Bremsen vielleicht nochmal zurück. Mir ist ja aufgefallen, weil ich ja auch ab und zu mal andere E-Autos teste, dass dieses One-Pedal-Driving oder dieses, dass man das nur mit, also dass man das gar nicht anders einstellen kann, das ist ja jetzt ein Tesla-Thema. Deswegen wäre meine Frage, machen die anderen das deswegen so, damit man mehr bremst? Ist das vielleicht der Nachteil des One-Pedal-Driving? Ja, definitiv. Das One-Pedal-Driving sorgt halt dafür, dass du durch die Rekubation des Bremspedals wenig benutzt. Es ist sehr, sehr komfortabel, es fährt sich sehr, sehr schön, das macht Spaß. Man hat ja auch ein neues Gefühl für das Fahrzeug, für effektives Fahren. Wenn man das Auto ein bisschen kennt, dann sagt man sich, guck mal, da vorne ist die Ampel rot, ich gehe jetzt mal 23 Meter davor schon mal vom Gas und gucke, ob ich direkt an der Linie anhalte. Das macht ja richtig Spaß, aber es geht natürlich auf Kosten der Sicherheit, dadurch, dass die Bremsscheiben zu wenig benutzt werden. Ja, und weil eben ich das One-Pedal-Driving jedenfalls bei mir auch gar nicht ausschalten kann. Ich glaube, das ist allgemein so, oder? Ja, und dann müsstest du noch die Möglichkeit haben, bei deinem 19er von Rekubation niedrig auf normal zu gehen, oder Standard heißt es, glaube ich. Da empfehle ich jeden Fahrer, auf niedrig zu fahren, zumindest in der Winterzeit. Und bei den Modellen ab 22 gibt es das gar nicht mehr. Das heißt, bei denen muss ich dann auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal richtig bremsen will, eigentlich in den Neutral schalten, damit ich auch wirklich eine Bremsleistung habe. Weil sonst übernimmt ja auch immer noch die Rekubation einen Teil der Bremsung, auch selbst, wenn ich voll in die Eisen steige, oder? Ja, mein Tipp ist, also das kann man machen, ist für viele aber sehr umständlich, weil diesen Neutral zu finden, ist manchmal nicht so einfach bei dem Wheelhebel am Lenkrad. Ich empfehle einfach, das mache ich schon seit Jahren in meinen Videos auf T&T E-Mobility, dass man, wenn man auf eine Ausfahrt fährt, oder auf eine Raststätte fährt, oder da wo geladen werden sollte, dass man da auf diese Ausfahrt halt mit 130, 140 drauf fährt, wenn es die Gegebenheiten erlauben und es sicher ist, und dann beherzt, unterbremst. Und dann, wenn man das öfter mal macht, dann geht es auch, vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, man sollte es von Anfang an machen. Wenn du jetzt so eine Saturn-Bremsscheibe, so nenne ich sie jetzt einfach mal, mit diesen ganzen Ringen hast, dann ist es eigentlich schon zu spät. Es gibt Abhilfe, man kann was machen, das könnte ich auch noch mal kurz erklären, wenn ihr wollt, oder wenn du willst, aber generell ist eine Benutzung der Bremse, gerade aus diesen Hochgeschwindigkeiten, wenn es sicher ist, sicherlich empfehlenswert, weil du dadurch, wenn du dann auch noch den Bremsdruck leicht erhöhst bei dieser Aktion, eine schöne Wirkung auf die Bremse hast und echt viel freischleifen kannst. Was man noch machen kann, ist natürlich, wie du es angedeutet hast, auf neutral schalten und dann ist die Rekuperation ja ausgeschaltet, das Auto rollt, ganz normal ist, wenn man in neutral ist, dann kann man auch schön bremsen. Das mache ich zum Beispiel so im Winter, wenn es nass und feucht ist, bevor ich bei mir in die Garage fahre, ich wohne in der Stadt, dann mache ich 50 Meter vor meiner Garage auf N und bremse dann, bevor ich in meine Garage abbiege, schön runter. Ja, meine Bremse sieht aus wie neu, die Bremse meiner Frau in ihrem Porsche Taycan sieht auch aus wie neu. Wir wissen auch eben, was wir tun müssen. Ja, ich habe mal, weiß nicht, ob du das ansprechen wolltest, es gibt noch dieses Break-Burnishing-Programm, das habe ich mal versucht, wo man eben zehnmal heftigst bremst und währenddessen die Rekuperation ausgeschaltet ist. Da war es bei mir allerdings schon zu spät, das hat jetzt eigentlich nicht mehr so viel gebracht. Also bei mir war es letztendlich das Abdrehen der Bremsen die Lösung. Aber wo wir das alles so beschreiben, dann höre ich schon wieder die Verbrenner-Fans in den Kommentaren, die sagen, bei meinem Auto ist es nicht nötig, ich bremse einfach und so weiter. Also Elektroautos haben da ja Nachteil. Deswegen wäre jetzt doch vielleicht die abschließende Frage zum Thema Bremsen. Gibt es nicht bessere Bremsscheiben? Kann man das System nicht so machen, wenn man das nun schon weiß, dass das Problem besteht, dass das nicht rostet? Ja, es gibt also jetzt nichts adäquates, ich komme aber nochmal zu dem zurück, was ich sagen wollte. Und zwar kann man zusätzlich, wenn man jetzt so eine Saturn-Ringe hat auf seiner Bremsscheibe, kann man die Belege rausnehmen, sie planschleifen und wieder einbauen. Das macht man zweimal hintereinander, dann kriegst du schon fast alles von deiner Saturn-Bremsscheibe runtergefräst. Das ist wieder durch die Belege, was man machen kann. Wenn das wirklich auch nicht mehr geht und die Riefen schon so tief sind in der Bremsscheibe, dann muss man es tatsächlich abdrehen. Das wäre der nachhaltigste Weg. Manchmal aber so teuer, weil einige Firmen das gar nicht mehr anbieten und die, die es machen, nehmen viel Geld dafür. Kann man auch neue kaufen. Da gibt es ja mittlerweile auch Aftermarket-Bremsen, Hauptsache die sind geprüft und abgenommen. So, das zum Thema Bremsen. Dann hast du gefragt nach Benzinern. Ja, bei einem Elektroauto haben wir hier schon oft gehabt, die haben 300.000, 400.000 Kilometer ihre Bremsscheiben. Dann schafft er keinen Verbrenner. Das heißt, der Verbrenner ist definitiv nicht im Vorteil, sondern eher im Nachteil. Weil er natürlich in der Zeit, wo du dein Elektroauto fährst, auch wenn du es dann bremsen würdest, dreimal so weit kommst wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, weil der immer bremsen muss. Er muss bremsen. Das ist definitiv kein Vorteil. Genau. Aber es gibt für E-Autos keine besseren, angepassten Bremsscheiben, die darauf Rücksicht nehmen, dass man nicht so oft bremst. Nein, nicht bezahlbare. Also beim Porsche kannst du ja Carbon bremsen und was weiß ich, was es da alles gibt, machen und kaufen sehr teuer. Das wird im normalen Pkw-Bereich, in dem wir jetzt sprechen von Model 3, ETC, nicht kommen. Aber wie ich schon sagte anfangs, es könnte ja auch sein, dass irgendwann mal ein Update kommt bei Tesla, dass eben diese Bremsenpflege einfach mal eingesetzt wird und das System dann dafür sorgt, dass alle paar Wochen, also beim Porsche ist das so. Und das hört man auch, man merkt es aber nicht. Man hört es nur leicht, okay, jetzt macht er Bremsenpflege und die Bremsen sehen dann aus wie neu. Okay. In das Programm zu gehen, im Service-Mode und das Breakburnishing durchzumachen, das empfehle ich nicht, weil im Service-Mode kann man auch sehr, sehr viel falsch machen. Man sollte das dann nur machen, wenn man sich wirklich auskennt oder jemanden dabei hat, der das kennt, weil ich habe bestimmt einen Anruf im Monat oder zwei, wo es darum geht, oh, ich war im Service-Mode, ich habe dir was gedruckt, das Auto fährt nicht mehr, was soll ich jetzt tun? Service-Mode ist für die Werkstätten gedacht und nicht für den Privat-User. Klar, kann man es machen, wenn man es sich zutraut, gerne, viel Spaß dabei. Es bringt auch ein bisschen was, aber es bringt am allermeisten, wenn man von Anfang an die Bremse auch benutzt und jetzt kommt es ab und zu auch mal guckt, wie sieht es denn aus? Oh, guck mal, ich muss noch wieder ein bisschen bremsen. Ja, einfach nur aussteigen, weggehen, so wie wir das kennen, so wie das jeder Verbrennerfahrer kennt, das würde ich dir jetzt wahrscheinlich auch nicht drunter schreiben, ist alles schön und gut, aber ich habe hier auch in meiner alten Welt vor 2016, ja, hunderte von Verbrennungsfahrzeugen gehabt mit kaputten Bremsscheiben, weil die stehen sich nämlich auch kaputt, wenn sie nicht benutzt werden. Und auch dort gibt es Riefen und sowas alles, das ist jetzt nicht einzig und allein die Welt eines Elektrofahrzeugs. Was ich vielleicht dann bei der Gelegenheit auch noch mal einflechten möchte, ist, die Model 3s, die da im TÜV-Test beurteilt worden sind, hatten natürlich auch eine deutlich höhere Laufleistung als andere Autos in diesem Alter. Also es gibt natürlich, gerade wenn wir nachher auch noch über das Fahrwerk sprechen oder so weiter, da spielt das, glaube ich, schon eine Rolle, ob du ein Auto nach zwei, drei Jahren hast, was eben hier im Schnitt, sage ich mal, 55.000, ich weiß, meins hatte halt nach zwei bis drei Jahren 80.000. Und das macht natürlich später auch für Fahrwerk, aber auch für die Bremsen macht das natürlich einen Unterschied. Das vielleicht nur so als zwischendurch Information, soll keine Entschuldigung sein. Wir kommen auch nachher noch zu ein paar Punkten, warum es vielleicht so sein könnte, dass dieser Test so schlecht abgeschnitten ist. Der einfachere Teil, finde ich, ist die Beleuchtung. Ich hatte das Thema auch, gerade bei meinem ersten TÜV nach zwei Jahren, wurde die Beleuchtung beanstandet. Vorderlicht war nicht gut eingestellt. Er hat gesagt, ja, bei anderen Marken würde er das einfach kurz machen, aber beim Tesla wüsste er nicht, wie es geht. Und das Rätsel ist Lösung. In meinem Fall war Tech tatsächlich nur eine Kalibrierung der Scheinwerfer über die Software und dann war das Ding wieder gut. Ich wusste das damals auch noch nicht, weil ich bin ja auch so ein Newbie. Aber letztendlich, aus meiner Sicht, ich verstehe, dass das ein gravierender Mangel ist, wenn die nicht gut eingestellt sind, aber möglicherweise liegt das daran, dass die TÜV-Techniker sich nicht auskennen? Jeder zweite Tesla hat falsch eingestellte Scheinwerfer ab Werk. Man hilft tatsächlich einmal die Kalibrierung. Ich habe hier, also ich mache das bei meinen Prüfungen immer gleich mit. Und zusätzlich kann man dann auch ganz leicht über das Service, nicht über das Service-Menü, sondern in dem Bereich Service im Menü des normalen Bildschirms, kann man dann die Scheinwerfer auch links und rechts einstellen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Das ist ein paar Minuten Arbeit. Das ist eigentlich super easy und eine tolle Sache. Manchmal ist es auch so, das darf man nicht vergessen, nach einem Software-Update tatsächlich, dass die Scheinwerfer wiederverstellt sind. Warum, weiß ich nicht. Es ist uns aber schon oft aufgefallen. Auch dann einmal kalibrieren dauert maximal 30 Sekunden und dann sind die wieder gut. Ja, es liegt daran, dass die meisten Prüfer das nicht wissen, wie es geht. Also das ist, auch wenn es unter den gravierenden Mängeln einer von dreien ist, kein großes Ding, kann man sagen. Nein, überhaupt nicht. Und manchmal gibt es, glaube ich, noch ein paar Rückleuchten, die lagen dann vielleicht an dem defekten Kabelstrang, der ja ausgetauscht werden musste. Ja, Rückleuchten, also natürlich ist das ein Problem. Ich kann das verstehen, wenn die Leute darauf schimpfen. Tesla müsste das eigentlich in den Griff kriegen, die ab Werk einmal richtig einstellen und dann dürfte es auch nicht mehr passieren, dass nach einem Software-Update vielleicht die Lichter verstellt sind. Ist auch wenig geworden. Aber normalerweise muss der Hersteller dafür sorgen, dass das einmal ab Werk ordentlich ist und dann funktioniert. Da gebe ich allen da draußen recht, die jetzt sagen, ja, aber Tesla. Ja, ihr habt recht, es muss ab Werk vernünftig funktionieren. Und feuchte Rückleuchten, gerade beim Model 3, kommen sehr oft vor. Die sind dann wirklich klatschnass von innen. Da ist einfach das Material scheiße gewählt und da hätten sie besser arbeiten müssen. Aber es wird alles immer anstandslos von Tesla gemacht. Sie sehen das natürlich dann auch ein. Man darf nie vergessen, wir haben hier mit Tesla keinen Hersteller, der 100 Jahre Erfahrung hat, sondern maximal 10, 12 Jahre, vielleicht mit den älteren Modellen 14 Jahre. 2010 kam der Rots da raus und es fehlt immer noch so ein bisschen an Erfahrung und an Langzeitqualität. Aber, und seit 2016 bin ich dabei, die Autos sind heute echt, gerade Model 3, Model Y, echt sehr, sehr gut auf ganz normalem europäischem Niveau. Die müssen sich von nichts verstecken, bis auf diese Kleinigkeiten halt, von denen wir jetzt gerade sprechen. Kleinigkeiten in dem Sinne natürlich haben dafür gesorgt, dass das auf dem letzten Platz gelandet ist, was wirklich schade ist. Okay, vielleicht, weil du das gerade eh schon erwähnst. Also du hast ja den Überblick, der du dich schon lange damit beschäftigst. Ich habe eben einen 219er, auch noch ein seltenes Modell mit großer Batterie und nur Hinterradantrieb. Die Probleme, die ich jetzt habe, wir kommen auch gleich zum Fahrwerk, die hatte ich nämlich auch. Also ich habe klassisch alle drei Probleme, die hier angesprochen werden. Inwiefern sind denn die bei heutigen Model 3s oder auch Model Ys, die vom Bandrollen, behoben? Oder inwiefern sind die noch? Können wir noch gar nicht wissen. Also der obere Querlenker zum Beispiel, ein großes Problem bei allen Tesla, alle Modelle. Der ist jetzt verbessert worden. Der kommt jetzt von ZF. Der kam früher aus Korea. Da gab es drei Generationen. Die aktuelle ist, denke ich, auch Langzeittest mäßig super. Die unteren Querlenker ein großes Problem. Vordere Achse, da sind die Buchsen falsch ausgewählt. Ist einfach kein gutes Material. Auch da, denke ich, wird Tesla jetzt mal nachlegen. Ich kann ja erst das Auto, jetzt wenn man sich den Highland des Model 3 ab 23 vornimmt, erst in drei Jahren oder in zwei Jahren kommen die Ersten hier zur Prüfung, beurteilen. Und der hintere obere Querlenker, der sogenannte Sturzlenker, der auch immer Probleme macht, als Uniballlenker in Verbindung mit der Achsnabel, ist auch wirklich dem geschuldet, dass hier wieder minderwertige Materialien gewählt wurden. Bisher sehe ich optisch keine Verbesserung bei den aktuellen Modellen. Aber wie ich schon sagte, der Langzeittest oder dann, wenn sie bei mir auftauchen, dann kann ich das sehen. Manchmal wirklich ärgere ich mich drüber, dass Tesla das nicht schnallt, nach so vielen Jahren Model 3 hier jetzt mal besseres Material zu verwenden. Bessere Lenker, bessere Buchsen. Denn wenn das so wäre, und ich habe gerade gestern wieder Mercedes EQC geprüft, der fünf Jahre alt war, dann war die Aufhängung komplett in Ordnung. Nichts war ausgeschlagen. Und das waren von der Materialstärke des Lenkers selber, die waren viel, viel dünner und kleiner als die dicken Tesla-Dinger. Aber die Buchsen halten halt. Und da muss Tesla in meinen Augen besseres Material wählen. Und der hatte auch entsprechend viele Kilometer drauf, der EQC? Der hatte auch so um die 70.000, ja. Also dann, wenn bei mir die meisten auftauchen, 70.000, 80.000. Naja, ich hatte ja die Geschichte auch. Du hast jetzt gerade eigentlich das schon sehr ausführlich beschrieben, was da Sache ist. Und ich glaube, das ist auch wirklich, also diese Fahrwerksprobleme, die sind glaube ich wirklich gravierend. Wir hatten damals den End-of-Warrity-Test bei dir. Da war ich kurz vor 80.000 und da hatte ich Querlenker, die ich dann auf Garantie noch gemacht habe. Und inzwischen habe ich ja 145.000 gehabt beim zweiten Mal TÜV. Und da hatten wir dann hinten Lager auf beiden Seiten. Das heißt, also ich kann das sozusagen aus meiner Erfahrung bestätigen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, bei einem Auto, also ich habe insgesamt trotz allem, also jetzt, weil das eine war ja Garantie, habe ich selbst bezahlte Service- und Reparaturkosten von 2.700 Euro nach fünf Jahren und 145.000 Kilometer. Das ist natürlich überhaupt nichts. Also das ist ein bisschen die Message, die manchmal ein bisschen untergeht. Auch wenn ich natürlich Videos dann nenne, wieder kein TÜV nach fünf Jahren. Ist natürlich schade, dass die Leute dann teilweise es gar nicht sich angucken und die Schlüsse gar nicht ziehen. Das ist natürlich mein Fehler. Aber also es ist natürlich nicht teuer und es ist vielleicht, weiß ich nicht, das sagst du mir jetzt, nach 145.000 Kilometern auch mal normal, dass ein Lager ausschlägt, oder? Ja, das waren wahrscheinlich die Radlager hinten, richtig? Ja. Ja, das gehört mir zu den Bauteil-Achsschenkeln, wo auch die oberen Uniballlenker dran sind für den oberen Sturzlenker. Also dieses Bauteil ist einfach nicht ausreichend dimensioniert und nicht qualitativ auf dem Level, wo ich es gerne hätte. Weil wir ein schweres Auto haben, was stark beschleunigen kann, oder? Auch, ja, aber also ein gleichwertiges Fahrzeug, sagen wir mal so ein Golf in der Klasse, ist auch nicht viel leichter. Aber da kommt, denke ich, wieder auch die Erfahrung des Herstellers zum Tragen. Ja, das hat mich ja, muss ich ja gestehen, ein bisschen geschmerzt, dass in diesem TÜV-Report auf Platz 1 bei den Stromern der E-Golf ist. Und das ist natürlich, da rollen sich bei mir die Fingernäcke. Das ist das Auto, wo ich immer sage, das ist eigentlich gar kein richtiges E-Auto. Aber natürlich in der Hinsicht, also in den Kriterien, die für den TÜV eine Rolle spielen, ist es natürlich, da kommt dann die solide deutsche Wertarbeit und Karosserie und alles voll zum Tragen. Also als E-Auto finde ich eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Also ich finde ihn nicht eine Katastrophe, ich finde ihn eigentlich ganz gut, weil man ihn auch sehr günstig mittlerweile kaufen kann. Und er ist qualitativ gut und erreicht für 90 Prozent der User, reicht das Auto vollkommen aus. Gerade die letzten E-Golfs mit den CCS-Laden, wo man einigermaßen auch was erreichen kann. Aber ja, natürlich, das ist alter Scheiß, da machen wir uns nichts vor. Ja, aber jedes E-Auto ist besser als ein Verbrenner, egal welches. Und das sollen wir auch mal nicht vergessen. Da hast du völlig recht, da gebe ich dir absolut recht. Okay, jetzt vielleicht nochmal zu Dingen, die nicht beanstandet wurden, aber die immer wieder im Gespräch sind. Ja, eigentlich fast schon langweilig. Die Spaltmaße, die werden natürlich nicht beim TÜV beanstandet. Es interessiert mehr die Menschen, die im Gegensatz zu mir sich sowas anschauen. Du gehörst auch dazu, ich weiß es, du schützt auch deine Polster vor dreckigen Musikerhosen. Aber Spaltmaße, hat sich da was verbessert in den letzten Jahren? Ja, definitiv. Also zumindest bei den Fahrzeugen aus Grünheide und aus China. Da muss ich wirklich sagen, da sind wir auf ganz normalen, habe ich vorhin schon mal erwähnt, Europaniveau. Das ist absolut in Ordnung. Alles, was aus Amerika kam, die Model 3 bis Mitte, Ende 20, sind teilweise wirklich gruselig. Teilweise aber auch gut. Es gibt da keine gerade Linie durch den Qualitätsanspruch an Spaltmaße. Das ist halt so, wir müssen jetzt mit leben. Und die Model S und X aus den USA sind teilweise, ich fahre so ein Auto, immer noch gruselig. In den Spaltmaßen. Okay. Die Spaltmaße, die haben jetzt für mich nicht so die große Relevanz, weil sie, glaube ich, weder sicherheits- noch fahrtechnisch eine große Rolle spielen. Was eine Rolle spielt, ist, ich habe mal mitbekommen, dass es keinen richtigen Unterbodenschutz gibt bei den Autos. Oder wie ist das? Nö, braucht man auch nicht. Braucht man auch nicht. Nein, das Auto ist, alle Tesla sind entweder aus Aluminium, S und X oder Model Y und 3 voll verzinkt. Ein Unterbodenschutz ist nicht notwendig. Okay. Das heißt, das ist jetzt kein Mangel, sondern das ist schlau, dass man das weglässt. Das machen andere Hersteller auch nicht mehr. Okay. Siehst du, ich bin Musiker und kein Autoexperte, deswegen telefoniere ich ja mit dir. Sehr gut. Vielleicht gegen Ende eine Theorie von mir. Warum landet dieses Model 3 auf dem letzten Platz? Sag mal was dazu. Letztendlich jeder, der einen Verbrenner fährt oder auch einen Volkswagen, wird ja genötigt, regelmäßig irgendeinen Service zu machen. Der fährt halt einmal im Jahr da rein, gibt seine 300 Euro, seine 400 Euro ab, kriegt dann neue Zündkerzen oder neues Öl. Und bei der Gelegenheit werden diese Mängel dann gesehen. Deswegen, der Tesla-Fahrer, wir haben früher mal gesagt, Tesla will ja auch nicht, dass du zum Service gehst, so wie ich. Ich bin ja schon vorbildlich. Ich war einmal bei dir vor den 80.000 und ich bin vor dem TÜV, deswegen habe ich auch nicht den TÜV nicht bestanden, sondern ich habe mir das Auto durchgucken lassen für 200, 300 Euro. Wenn man das nicht macht, dann merkt es halt der TÜV. Und da es bei Tesla wahrscheinlich sehr viele gibt, die es nicht machen, kriegt der TÜV die Sachen mit, die bei den anderen Autos genauso wären. Und deswegen landet das Model 3 auf dem letzten Platz. Das ist auch ein Grund, ja, definitiv. Also diese Servicefreiheit, die Tesla-Fahrer oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sagen, mein Auto muss nicht zum Service, das ist fatal. Denn es sollte schon mal jemand, sagen wir mal, alle 40.000, 50.000 Kilometer das Auto mal hochnehmen und gucken, vielleicht mal die Bremsschächte reinigen, einfach mal mit der Lampe die Aufhängung durchgucken und sehen, oh Gott, okay, da ist jetzt ein Problem, das sollten wir machen. Und genau das passiert eben nicht. Tesla-Fahrer haben vom Werk aus keinen Serviceplan, keinen Serviceintervall, aber, oh doch, es gibt einen Serviceplan. Wenn man bei Tesla auf die Seite geht, die übrigens sehr ausführlich ist, dann kann man das sehen. Es gibt eine Serviceempfehlung. Und wenn man das machen würde, was ja keiner macht, leider, dann wären diese ganzen Fehler beim ADAC oder auch beim TÜV überhaupt gar nicht aufgetaubt. Das ist genau richtig, deine Theorie. Ich kann nur jedem empfehlen, der ein Elektroauto fährt, fahrt mal zum Service oder lasst mal einen Freund drunter gucken, der sich auskennt. Oder in der Werkstatt eures Vertrauens, mittlerweile haben wir immer mehr die Offenheit für Elektroautos zum Glück. Nehmt den einfach mal hoch und guckt mal drunter, dann kann euch schon viel Ärger erspart bleiben. Sehr gut, ja. Ich meine, beim Reifenwechsel sieht man immerhin mal die Bremsen auf jeden Fall. Das müsste eigentlich möglich sein. Den Tipp mit den Scheinwerfern kalibrieren, das ist ja easy, das kennen wir jetzt. Und dann geht es eigentlich in erster Linie ums Fahrwerk. Und da muss man ab und zu mal dran gucken. Ja. Sind jetzt Teslas eigentlich so schlecht? Das war meine Eingangsfrage. Im Vergleich? Ja, sind sie, weil die fallen halt durch. Es hat erst zwei Gründe, um das nochmal zu resümieren, was wir jetzt besprochen haben. Also der User benutzt die Bremse nicht richtig. Die Bauteile sind teilweise unterdimensioniert. Das ist Herstellersache. Aber ansonsten ist das ein ganz normales Auto. Ja. Es ist einfach so, dass auch ein Tesla für viele immer noch was Besonderes ist. Es spricht ja auch jeder über einen Tesla. Es spricht ja gar keinen Moment über einen Golf. Wenn also irgendwas passiert ist mit Elon Musk oder irgendein, es spielt überhaupt gar keine Rolle, dann gibt es immer eine Meldung in den Nachrichten über das Tesla-Fahrzeug. Es spielt keine Rolle. Ob man schien einen Sack umfällt, nein, wir nehmen lieber den Tesla, der beim Abbiegen Pollen fährt. Weil das ist eine absolute Katastrophe. Und dieser Fokus, den kenne ich jetzt schon seit acht Jahren, der auf Tesla sitzt und der wird auch so bleiben. Natürlich auch dank des Elon Musk, der immer dafür sorgt, dass Leute über ihn sprechen. Das Auto selber ist ein absolut gutes Auto. Die Besitzer, und da machen wir uns ja beide nichts vor, sind glücklich mit ihren Autos. Was man nie vergessen kann bei Tesla-Fahrern, und das geht uns beiden ja auch so, die Kundenzufriedenheit ist halt enorm. Tesla-Fahrer sind glücklich und sie sprechen drüber. Worin erkennt man einen Tesla-Fahrer und einen Veganer? Sie sprechen drüber. Und das ist eben genau das, was passiert mit den Elektro-Tesla-Fahrern. Es ist ein tolles System. Du kriegst über die Updates neue Geschichten. Oh, was sie eher über Nacht und auf einmal ist was Tolles drin. Hat kein anderer. Und das ist eben der Hauptgrund, warum Tesla in aller Munde ist, weil sie eben alles anders machen. Ob sie es besser machen in dem Fall, wir sehen, gerade technisch gibt es ein paar Mängel. Aber ich denke, sie kriegen das über kurz oder lang auch in den nächsten Jahren in den Griff. Super, lieber Uwe. Ich hoffe sehr, dass die Zuschauer bis hierhin geguckt haben und nicht nur den ersten kritischen Teil, sondern auch das Resümee, was ja doch eigentlich relativ positiv ist. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst in meinem Podcast. Gerne. Ja, guckt auf jeden Fall natürlich auch auf seinen Kanal, den ich euch unten verlinke. Und schreibt gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind mit Tesla, mit anderen E-Autos, beim TÜV, ohne TÜV, wie auch immer. Gebt mir ein Like auf dieses Video, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad. Fandest du dieses Video gut? Dann lass mir gerne ein Abo da und unterstütze meine Arbeit. Und die beiden Videos könnten dir auch gefallen. Bis bald.